Hi, mein Name ist Gabriel. Mein Name ist Moritz und wir beide sind von Kaya Health. Wir haben Anfang des Jahres hier die Startup Night vom Boda Bootcamp gewonnen und sitzen seitdem bei Boda in den Räumlichkeiten. Das, was wir hier entwickelt haben, ist eine App, die eine Schmerztherapie digitalisiert gegen chronische Rückenschmerzen. Seit wir hier die Startup Night gewonnen haben, hat sich eine Menge getan. Nicht nur konnten wir hier den Räumen des Boda Bootcamps unter erstes das wirkliches Büro beziehen. Wir haben hier intern auch wirklich eine Menge cooler Kontakte knüpfen können und sind in der Zeit von damals vier auf jetzt mittlerweile schon zehn Mitarbeiter gewachsen. Alles in allem können wir wirklich deshalb jedem Gründer nur empfehlen, auch bei der Startup Night mitzumachen. Bewerbt euch!